Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die AfD-Fraktion lehnt die Rücknahme von IS-Kämpfern, die sich in Syrien, in der Türkei bzw. in Griechenland, in Nordsyrien und Irak aufhalten, nach Hamburg kategorisch ab. Erstens hat Hamburg hier überhaupt keine Zuständigkeit. Zweitens sind wir dafür, dass eine Aburteilung vor Ort stattzufinden hat. Und drittens sehen wir nicht, dass diejenigen, die tatsächlich strafbar sich gemacht haben, hier in Hamburg direkt in Untersuchungshaft gehen können. Diese Personen, um die es hier geht, sind ja nicht nur radikalisiert, sie sind ein unkalkulierbares Sicherheitsrisiko, sie sind tickende Zeitbomben. Und da IS-Rückkehrer in der Regel stets schwerwiegende Straftaten im Ausland begangen haben, können schwere staatsgefährdende Straftaten hier in Deutschland nicht ausgeschlossen werden. Und ich habe ja häufiger gehört, ja, man sollte diese Leute überwachen. Wir können ja nicht mal die vielen Hundert oder Tausend Gefährder, die sich in Deutschland aufhalten, angemessen bewachen. Dazu fehlen uns ja die personellen Ressourcen und auch die rechtlichen Ressourcen. Und Herr Schumacher, Sie sprachen davon, man müsse diejenigen, die sich distanziert haben, anders behandeln als diejenigen, die das nicht getan haben. Ich frage Sie allen Ernstes, wie wollen Sie denn wirklich nachvollziehen können, ob sich jemand ernsthaft und tief von diesen Straftaten distanziert hat? Und im Übrigen steht zunächst natürlich die Bestrafung, die konsequente Bestrafung dieser Menschen. Es ist im Übrigen nicht auszuschließen, dass IS-Rückkehrer der salafistischen Szene in Deutschland neue Impulse geben und zur weiteren Radikalisierung beitragen. Die Mitgliedschaft beim IS ist ein schwerwiegendes Verbrechen. Es ist den Menschen, die aus Syrien und dem Irak vor dem IS geflohen sind, nicht zuzumuten, hier ihren vormaligen Peinigern zu begegnen. Es besteht von den Behauptungen der Betroffenen abgesehen auch kein Grund zu der Annahme, dass IS-Rückkehrer in Deutschland in ein ziviles Leben zurückkehren wollen. Denn diese Leute haben sich bewusst für die Mitgliedschaft in einer der wohl brutalsten Terrororganisationen der Welt entschieden. Und die Pflicht des deutschen Staates besteht zuvorderst darin, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten. Nicht zufällig verweigern gewisse andere Länder den Rückkehrern eine Aufnahme. Die Aufnahme solcher Personen liegt eben nicht im Interesse des Staates, noch liegt sie im Interesse der Zivilgesellschaft. Aus diesem Grund sollte man die Rückkehr von ehemaligen IS-Kämpfern hier auch nicht vollziehen. Dort, wo eine Einreise aus Rechtsgründen tatsächlich unvermeidlich ist, müssen die Betroffenen ad hoc in Untersuchungshaft kommen, angeklagt und verurteilt werden. Eine Integration in die Zivilgesellschaft spielt in dieser Phase überhaupt keine Rolle. Im Fall von IS-Rückkehrern muss dasselbe gelten wie bei Deutschen, die im Ausland rechtsextremistische Straftaten begangen haben. Auch diese sollten bitte schön vor Ort abgeurteilt werden. Im Gegensatz zu den Linken hat für uns die Verpflichtung des Staates, die Sicherheit seiner Bürger zu gewährleisten, einen höheren Stellenwert, als das Recht der IS-Kämpfer als Deutsche zurückzukehren. Und ich frage mich wirklich, wie man teilweise Mörder die schlimmste Straftaten begangen haben, in Verblendung schwerste Straftaten begangen haben, wie man die wirklich noch deradikalisieren will. Das ist doch wieder Ausdruck von Träumereien. Es ist hier viel davon geredet worden, dass man endlich Gesetze schaffen muss, um derartigen Straftätern, wenn sie die doppelte Staatsangehörigkeit haben, eine Staatsangehörigkeit oder die Deutsche zu entziehen. Auch da wird wieder erst dann reagiert, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist. Jeder, der diese Entwicklung seit Jahren mit ansehen muss, was sich dort getan hat mit den IS-Kämpfern, der hätte schon längst dafür abstimmen müssen, dass man denen die deutsche Staatsangehörigkeit entziehen kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder so wie immer. Gehandelt wird erst dann, wenn es zu spät ist. Zusammenfassend kann ich sagen, unter den jetzigen Voraussetzungen lehnen wir den Antrag der Linken selbstverständlich ab. Ehemalige IS-Kämpfer haben in Deutschland nichts zu suchen.